herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die gute besserung box von kingkongs deo roller alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung gute besserung von kingkongs deo roller das ganze aus dem jahr 2015 wir haben hier mal wieder eine box aus dem bereich rock jawohl es ist das debüt album das erste album der band wir haben hier eine schwarze metallbox auf der front auf dem boxdeckel haben wir hier einmal den schriftzug kingkongs deo roller wobei hier in den unteren beiden o's so gitarren drin sind und im oberen o statt dem oberen o haben hier diesen gorilla diesen affenkopf der ist meines wissens auch das logo der band gute besserung dann haben wir noch einen sticker was lesen wir inklusive der hit single immer nur ficken okay fsk 12 das ganze hier mit einem sticker und das ganze wurde auch limitiert und nummeriert sehr schön also die gesamtauflage der box 444 und wir haben hier die special edition box nummer 59 so auf dem cover sehen wir hier einen ziemlich schlecht gelaunten affen mit bier fieber thermometer und arzt equipment also auf der stirn und hier um den hals diverse ärzte sachen heißt die frage ob das jetzt der patient ist oder der arzt man weiß es nicht als erstes werden wir mal hier diesen sticker abmachen der uns darauf hinweist dass wir hier auch noch eine dvd vorfinden werden so ansonsten hier alles in schwarz und auf der rückseite haben wir den inhalt limited fanbox kingkongs die roller fanbox enthält cd als die gepäck handsignierte autogramm karte die roller kondom dvd zu single immer nur ficken gürteltasche lanyard also schlüsselband so die beteiligten und ein barcode das ganze ist erschienen über rookies und kings und ja hier sehen wir eben noch den boxinhalt visualisiert dann würde ich sagen schauen wir mal rein die box lässt sich hier aufklappen ok als erstes haben wir hier einmal die autogramm karte dann haben wir die dvd das album das kondom das schlüsselband also lanyard tatsächlich ein deo roller und diese umhänge tasche so von innen die box in silber packen wir mal zur seite und dann schauen wir mal denn diverse sachen sind hier noch in folie unter anderem dieses schlüsselband und auch das album der rest kommt hier ohne folie so machen wir mal alles hier zur seite und hole noch das album raus so auch hier auf dem album haben wir diesen sticker drauf denn ich gehe mal davon aus jawohl wir haben hier ein barcode bedeutet deswegen ist er hier doppelt es gibt das album auch regulär natürlich ohne box zu kaufen und damit die leute die das album so im regal sehen auch informiert sind über den inhalt über diese hit single ok wir haben hier das cover es ist etwas abgewandelt als das auf der box also hier entsprechend das ganze auf der seite und nicht über dem riesenaffen ansonsten eigentlich ident so sieht das aus gute besserung und dann haben wir hier noch die katalog nummer und auf der rückseite die tracklist 13 tracks sind es geworden wobei man sagen muss nummer 12 und 13 sind remix varianten denn sowohl rockstar als auch immer nur ficken sind hier schon drauf und zwar hier track 3 und track 4 so beteiligte und barcode dann schauen wir mal ins innenleben booklet kommt uns hier entgegen sauber also wir haben hier die lyrics zu den anderen tracks wort für wort abgetippt wunderbar das artwerk hier wirklich komplett in diesem neon grün schwarz und weiß dann haben wir noch eine etwas aufreizende krankenschwester abgebildet oder gezeichnet dann die vier herrschaften der band weitere fotos äh weitere fotos weitere lyrics genau wie gesagt es sind ja tatsächlich dann elf tracks weil 12 und tracks remix varianten sind deswegen hört es dann hier bei elf auf die credits zum album und zum abschluss noch mal die tracklist so dann packen wir das booklet wieder in die stecktasche und kommen zur album cd in schwarz und in diesem neon grün auch die cd so sieht die aus und dahinter gibt es wieder den riesenaffen kopf passt soviel zum album wir haben die dvd und zwar lesen wir hier kingkongs deo roller immer nur ficken dvd das ganze kommt in einer papphülle wir haben hier den zwölfer drauf und zwar mit einem sticker also das wurde auch wieder gut gemacht ebenso wie auf der box kann man das hier wunderbar ablösen so dann sieht das cover doch gleich besser aus wir haben hier schon ein split cover aus vier einzelnen bildern vier einzelnen szenen die hier scheinbar aus dem video sind ja ich muss ganz ehrlich sagen ich finde etwas eigenartig dass man tatsächlich eine eigene dvd macht zu einem einzelnen song also quasi einen videoclip hier extra von der dvd packt aber ja hat man hier scheinbar getan die dvd sieht dann so aus und ich bin mir jetzt nicht sicher aber rein so weil ich habe auch schon hier das kondom hier gesehen genau und wenn wir uns das hier ansehen es gibt ja tatsächlich auch diesen schnapps dieses getränk mit der mit diesem titel hier und deswegen weiß ich jetzt gar nicht ob es jetzt wirklich um das verb geht oder ob es um dieses getränk geht naja lassen wir uns mal überraschen dann kommen wir zur autogrammkarte im querformat hier haben alle vier herrschaften unterschrieben es ist schade es ist aber leider nur aufgedruckt ich hoffe man kann sie halbwegs sehen die vier sind hier aufgedruckt haben nicht direkt unterschrieben ok ja rückseite postkarten format also auch vom layout dann haben wir hier die nahkampfsocke ok das habe ich auch noch nie gehört um ein kondom zu beschreiben um deine unsterbliche seele zu retten darfst du kondome zigaretten drogen bauschut nutella brote hamster kaffeemaschinen smartphones schulstreber kachelöfen vasen rasenmäher oder winterreifen keinesfalls in die toilette werfen danke danke für diesen hinweis was haben wir hier ein maskularen typ 1 kondom zart aus natur kautschuk latex mit gleitfilm und reservoir rosa gefärbt einzelne elektronisch geprüft breite des verlag liegenden kondoms 53 plus 1 minus 1 millimeter millimeter kühl und trocken aufbewahren vor direkt im sonnenlicht schützen beschädigungen vermeiden ok das ganze ist wo haben wir denn ein verfallsdatum ist wahrscheinlich dann drauf gedruckt klar wir schauen mal rein ficken fürs volk viel spaß ok so was haben wir hier ich muss ehrlich sagen ich habe von der marke noch nie zuvor gehört maskulan aber ok so sieht das aus ist scheinbar sogar aus deutschland also hier steht sogar mpi pharmazeutica gmbh hamburg und irgendwo wo ist der stempel genau hier lesen wir 2017 11 also november 2017 das ist schon etwas länger abgelaufen aber ja die box kam ja auch 2015 raus von daher hatte man genug zeit das einzusetzen dann haben wir noch eine bild und eine text erklärung wie das ganze zu verwenden ist packen wir wieder zusammen und kommen zum nächsten inhalt so und zwar haben wir hier die umhängetasche die kommt hier in schwarz ist vom material her so aus stoff wir haben hier einmal eine größere tasche mit kingkongs dioroller das ganze hier eine reißverschlusstasche also kann man hier entsprechend zumachen dann haben wir hier so zwei kleinere taschen auch wieder in diesem fall mit dem logo gebrandet und die sind hier mit knöpfen verschließbar man kann sich hier sogar aussuchen ob man sie so zu machen will oder wirklich komplett also man hat hier zwei knopf abstände zur auswahl interessant wir nehmen mal den unteren einmal und wenn es hält kann ich zu einfach so zweimal so dann haben wir hier oben noch einen reißverschluss also eine große tasche hier im querformat hier kann man was verstauen so ziemlich genau ein geldbeutel würde hier reinpassen schätze ich und hier dann noch einen reißverschluss ein geheimfach quasi machen wir mal kurz ganz auf so ja also das hier etwas zu das geheimfach das ganze kommt dann hier noch mit seinem schwarzen trägergurt den kann man dann hier entsprechend zu machen und wir haben hier natürlich auch die möglichkeit das in der größe anzupassen also je nachdem die weite zu verändern ja dann haben wir hier noch die reißverschlüsse die sind hier gebrandet von one trade also die arbeiten ja häufig mit rookies und kings und machen deren produkte deswegen gehe ich mal davon aus dass diese tasche auch von one trade gemacht wurde und wir haben dann wo habe ich es jetzt gerade genau hier dann auch noch einen plastik karabiner dran ok so zusätzlich dazu gibt es dann hier auch noch was mit karabiner und zwar ein schlüsselband das ist hier gebrandet mit dem schriftzug kingkongs deoroller über die gesamte länge und hier unten dann entsprechend der metallene karabiner um seinen schlüssel oder was auch immer tour pass etc anzuhängen und zum letzten boxinhalt haben wir passend zum namen der band sie haben es tatsächlich getan einen deoroller in schwarz grün und weiß kingkongs deoroller so sieht das aus ist scheinbar ein nivea deoroller nicht schlecht also die die ich so gängig verwende sind auch meistens von der marke nivea dann schauen wir mal ganz kurz ich würde es doch interessieren was das für ein geruch ist riecht auf jeden fall angenehm also riecht sehr ähnlich wie meine allerdings muss man dazu sagen nachdem das ja schon etwas her ist dass dieser deoroller noch aluminium chlorohydrat drin hat ja muss natürlich jeder für sich entscheiden aber ich habe generell die schon vor etwas längerer zeit rausgeschmissen bei mir aus dem badezimmer und verwende seit vielen jahren nur noch welche ohne aluminium aber jeder wie er will kann die natürlich trotzdem gerne verwenden gut wir fassen zum abschluss noch einmal kurz zusammen was sich alles in der box befindet einmal dieser deoroller hier von nivea mit 50 millilitern das ganze ist hier so wirklich wie man sie im laden kauft so eine glasflasche so ein glas roller dann haben wir diese tragetasche diese umhänge tasche in schwarz das schlüsselwand in schwarz mit weißem schriftzug das kondom der marke wie hat es geheißen maskulan ein stück die autogrammkarte nicht unterschrieben aber bedruckt im querformat dann die dvd die den videoclip enthält zu immer nur ficken und dann haben wir natürlich auch noch das album an sich gute besserung im digipack mit insgesamt 13 tracks jawohl das alles in dieser wunderbaren box gute besserung von kingkongs deoroller mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr kingkongs deoroller unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt euch auf ciao